So habe ich als 15-jähriger Automaten gesuchtet und deswegen habe ich schnell damit aufgehört. Wie ihr alle wisst, hatte ich bereits mit 15 ein profitables Sneaker-Business. Ich habe seltene Sneaker gekauft und es dann für einen höheren Preis verkauft. Und trotzdem habe ich angefangen am Automaten zu zocken. Denn ich habe gesehen, wie ein Bekannte von mir aus 2 Euro 40 Euro gemacht hat. Das wollte ich auch. Also bin ich zu einer Berliner Imbissbude mit einem Automaten gegangen. Der Betreiber hieß Ralle. Aus meiner Sicht eine komplette Legende. Denn obwohl ich 15 war, hat er mich zocken lassen. Leider passierte dann das. Ich wollte mir diesen einen Sneaker für 220 Euro holen. Doch ich, Idiot, dachte mir, komm, ich gehe zum Automaten, verdreifach die Kohle und hole mir direkt drei Paare von dem Sneaker. Das Resultat, ich habe die Kohle verzockt und konnte mir null Sneaker holen. Mein Learning aus der Sache, Glücksspiel sind scheiße. Lass die Finger davon.